Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungsreihe. Heute geht es um Keys und Adressen und zwar, wie bekommen wir wirklich eine Bitcoin Adresse aus unserem Private und aus unserem Public Key. Denn ja, das Ganze ist natürlich jetzt anders, also das heißt wir haben schon gesehen wie so ein Public Key aussieht, wir haben aber auch gesehen wie so eine Adresse aussieht und so eine Adresse war halt deutlich kürzer als ein Public Key und das wollen wir uns natürlich noch angucken. Wir reden jetzt hier allerdings von Standard Adressen, das heißt jetzt keine fanziken Pay-to-Script Adressen oder sowas, die schauen wir uns auch noch an, keine Sorge, aber ja, das erst später. So, wir haben schon das letzte Mal das Ganze mit Python gemacht, wir haben, ja, wir haben schon sehr, sehr viel gemacht. Wenn ihr jetzt nicht so an Theorie interessiert seid, dann tut es mir leid, dass ich jetzt euch hier mit trockenem Zeugs plage, aber dann würde ich euch einfach bitten, diese Videos zu überspringen und dann einfach wieder zu den Praktischen zu gehen. So, okay, also wir haben schon uns angeguckt, wie können wir denn jetzt einen Private Key generieren. Ups, sah so aus und zwar ist das einfach eine zufällig gezogene Zahl. Achtung, hier nochmal die Anmerkung, die Adressen, die wir in diesem Tutorial hier benutzen, sind einfach nur Beispieladressen. Bitte dahin kein Geld überweisen, das ist hoffnungslos verloren, ich werde die auch nicht überprüfen oder sowas. Das heißt, wenn ihr irgendwie mir spenden wollt, dann tut das auf eine andere Art und Weise, schreibt mich im Notfall an, wenn ihr keine Methode findet, die euch gefällt und dann finden wir auf jeden Fall einen Weg. Allerdings dahin nicht überweisen, das ist einfach nur Bullshit oder Bullshit-Adressen mehr oder weniger. So, dann haben wir daraus den Public Key generiert, indem wir hier einfach 0,4 vorne dran geschrieben haben, dann die X-Koordinate und die Y-Koordinate, die wir aus der Multiplikation vom Private Key mit dem Generator bekommen haben. Das haben wir vor zwei Videos gemacht, werde ich jetzt hier nicht genauer drauf eingehen. Ist natürlich mega unhandlich, weil einfach viel zu lang, also das ist einfach nur Nein. Das kann man nicht machen. Das heißt, was man gesagt hat, okay, wir hashen das Ganze und zwar mit der Hash-Funktion Shade256. Wieder mal. Ich sollte vielleicht im Laufe der Videoreihe noch auf diese Hash-Funktion eingehen, die ist einfach nur unglaublich wichtig hier und wird einfach überall verwendet. Ja, gut, immer noch zu lang, deswegen RipeMD160 auch eine Hash-Funktion. Wunderbar, jetzt haben wir das Ganze schon ein bisschen kürzer bekommen. Gefällt uns immer noch nicht so richtig, deswegen eine Versionsnummer muss vorne dran gehängt werden. In unserem Fall jetzt einfach mal zwei Nuller. Das heißt, da steht dann einfach 0,0 und der Hash-Wert aus der RipeMD-Funktion und da rein haben wir den Hash-Wert von der Shade256-Funktion gesteckt. Das ist ein bisschen aufwendig, gebe ich zu, aber man kann es durchaus mal so machen. So, jetzt einfach nur übernommen von drüben, weil ich keinen Platz mehr hatte. Es geht nämlich noch ein bisschen weiter. Das ist einfach nur übernommen, nichts geändert. Jetzt hashen wir das Ganze wieder mit der Shade256-Funktion. Und dabei kommt das da raus. So, das hashen wir nochmal mit der Shade256-Funktion, weil wir es können. Und dann kommt das bei raus. Und davon nehmen wir jetzt die ersten vier Byte. Achtung, nicht Bit, Byte. Das heißt, das da ungefähr. Und ja, das ist jetzt unsere Checksumme. Mit der können wir überprüfen, ob die Adresse gültig ist oder nicht. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach das sozusagen hinten dran, hinter das, was von oben rausgekommen ist. Das heißt, wir hatten hier den Output von der RipeMD-Funktion. Das ist das hier. Und die Versionsnummer vorne dran, die beiden Nuller hier. Und da hinten dran hängen wir jetzt einfach diese Checksumme, die wir in diesen beiden Schritten berechnet haben. Die hängen wir einfach die ersten vier Byte davon hinten dran. Und das ist jetzt fast unsere Adresse. Jetzt berechnen wir davon die Base58-Check-Funktion. Das ist auch nochmal eine Funktion. Und das ist jetzt unsere wirkliche, das ist keine Hash-Funktion, sondern einfach nur eine andere Schreibweise. Ihr seht hier oben, bei diesem Schritt hier, da hat man einfach nur einen ganz normalen hexadezimalen Wert. Das heißt, die Werte sind von 0 bis einschließlich f gewesen. Und das bedeutet, wir haben hier natürlich nur eine eingeschränkte Darstellungsweise. Und bei Base58c hat man sich gesagt, okay, wir komprimieren einfach diese Schreibweise vom Hexadezimalen in Groß- und Kleinschreibung. Das ist jetzt wichtig. Plus, es ist nochmal wichtig, ob wir irgendwie, ja, wir haben einfach alle Buchstaben zur Verfügung und haben Groß- und Kleinschreibung. Das ist sozusagen die Base58-Check-Summen-Funktion, die das Ganze macht. Und dann haben wir wirklich unsere Bitcoin-Adresse. Das ist jetzt natürlich ein heftiger Schritt. Ja, man denkt normalerweise einfach nur kurz haschen und dann habe ich das Ganze. Nein, in Wahrheit sieht es ein bisschen technischer aus. Und ja, ist aber trotzdem kein Problem, kann man jederzeit machen. Und wir haben das Ganze auch letztes Mal schon in Python gemacht. Ist eigentlich ein super leichter Schritt gewesen mit der Bitcoin-Bibliothek. Okay, ich gebe es zu. Wir haben ein bisschen gecheatet. Aber okay. Ja, das war es eigentlich auch schon. So bekommt ihr sozusagen technisch gesehen eure Adresse davon raus. Und ja, das macht eigentlich so ziemlich jedes Programm, was euch ein Wallet erstellt, automatisch. Und jetzt habe ich gerade schon ein neues Wort angeteast. Ihr wisst noch gar nicht offiziell, was ein Wallet ist. Das schauen wir uns dann nächstes Mal an. Wir hören uns. Bis dann. Ciao.